Hallo, hier ist Python. Es stellt sich hier noch häufig die Frage, wie man eigentlich die versteckten Fähigkeiten in Pokémon Karmesin und Purpur bekommen kann. Und damit wir da einen guten Überblick drüber haben, schauen wir uns das jetzt nochmal flott genau an. Versteckte Fähigkeiten sind diese Fähigkeiten, die bis auf wenige Ausnahmen alle Pokémon statt ihren gewöhnlichen Fähigkeiten bekommen können. Allerdings sind diese Fähigkeiten tatsächlich etwas versteckt, denn wenn ihr Pokémon auf dem normalen Weg in der Wildnis fangt, werden sie nie einfach so die versteckte Fähigkeit haben. Und in Paldea ist es so, dass es vor allem zwei Wege gibt, um versteckte Fähigkeiten zu bekommen. Beide funktionieren über Terra Raids. Tatsächlich habt ihr in Terra Raids nämlich ab drei Sternen die Chance darauf, dass das Pokémon im Raid einfach die versteckte Fähigkeit hat. Ihr könnt also mit drei, vier, fünf und sechs Sternen Raids gezielt auf die Suche gehen und die gewünschten Pokémon jagen. Noch etwas einfacher ist es aber, wenn ihr ein Fähigkeitenpflaster habt. Die sind zwar sehr selten, aber auch sehr praktisch. In sechs und sieben Sternen Raids habt ihr auf jeden Fall immer die Chance, so eins zu bekommen. Und sobald ihr eins habt, braucht ihr nur noch das Pokémon, was seine versteckte Fähigkeit bekommen soll. Einfach das Pflaster drauf einsetzen und schon hat es seine versteckte Fähigkeit. Achtung, mischt verwechseln mit der Fähigkeitenkapsel. Diese könnt ihr schon in fünf Sterne Raids erhalten. Funktioniert allerdings etwas anders. Ist auf jeden Fall auch ein gutes Item, denn mit der Fähigkeitenkapsel habt ihr die Möglichkeit, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die ein Pokémon bekommen kann, zu wechseln. Also wenn ein Pokémon mehr als eine normale Fähigkeit hat und ihr die andere von beiden haben wollt, hilft die Kapsel da aus. Früher war es außerdem so, dass ein Pokémon mit versteckter Fähigkeit auch seine versteckte Fähigkeit behalten musste. Nun könnt ihr tatsächlich einfach einen Fähigkeitenpflaster erneut einsetzen und so die Fähigkeit wieder umschalten. Habt ihr erst einmal ein Pokémon mit der versteckten Fähigkeit gefunden, könnt ihr sie auch über die Zucht an die Kinder vererben. Dafür ist wichtig, dass mindestens eins der Elternteile die versteckte Fähigkeit hat. Ganz einfach habt ihr es da mit Ditto. Ansonsten noch darauf achten, dass die Mutter die versteckte Fähigkeit haben muss, wenn ihr unterschiedliche Pokémon für die Zucht verwendet. Wenn ihr jetzt in Terra Raids gezielt auf die Jagd gehen wollt, kann euch außerdem ein Trassler besonders gut helfen. Trassler kann nämlich Erfassen als Fähigkeit bekommen und wird euch damit in einem Raid direkt verraten, welche Fähigkeit das Pokémon aus dem Raid hat. Was die Jagd sehr viel einfacher macht. Trassler findet ihr tagsüber in der südlichen Zone 1 bei Prato Lido. Ihr könnt es dann natürlich auch trainieren, um damit den Raid schaffen zu können. Ihr könnt aber auch einfach das Trassler so nehmen, wie es ist. In den Raid gehen, die Fähigkeit überprüfen, dann einfach flüchten. Dadurch geht der Raid nicht verloren. Falls die gewünschte Fähigkeit dann dabei war, einfach mit einem Pokémon, was gut für den Raid ist, erneut beitreten und den Raid entspannt beenden. Und das war soweit auch schon alles, was ihr dazu wissen solltet. Die versteckten Fähigkeiten sind häufig auch sehr gute Fähigkeiten. Deshalb ist es schon wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video nochmal gut geholfen hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.